Die zwei Lieblingswörter aktuell von unseren Politikern, allen voran Habeck, sind Spartipps und Zumutungen. Die wichtigste Diskussion nämlich, wer uns in die aktuell größte Krise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland hinein manövriert hat, die findet gar nicht statt. Und dabei ist die Antwort so einfach. Es ist die Bundesregierung selbst und das seit Jahren. Nur die Ampelkoalition, die toppt das Ganze um ein Vielfaches. Einer der größten Krisen aktuell ist die Energiekrise, allen voran der Gasnotstand. Auch dieser Gasnotstand ist hausgemacht. Ich sage nur Sanktionen gegenüber Russland, die überhaupt diese Krise eingeleitet haben. Aber wenigstens sind sie bemüht, unsere Politiker und Politikerinnen, die die aktuelle Krise herbeigeführt haben. Sie versuchen uns wenigstens Lösungen zu präsentieren. Aktuell wird ja in der Bundesregierung über die Laufzeitverlängerung der AKWs diskutiert. Die Grüne und die SPD sind klar dagegen. Der Koalitionspartner FDP ist dafür. Aber ist er das wirklich? Schauen wir mal. Bei einer Abstimmung zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken im Bundestag stimmten von 92 FDP-Mitgliedern 74 dagegen. Und keiner mit Ja. Als wäre das nicht schon traurig genug und eigentlich auch eine Offenbarung, was mit der FDP über die letzten Jahre hinweg passiert ist, sind sie jetzt sogar noch so dreist und fordern öffentlich die Laufzeitverlängerung der AKWs. Leute, wen wollt ihr verarschen? Und so funktioniert deutsche Politik. Sie kreieren nicht nur die Probleme, sie führen uns auch noch an der Nase herum, wenn es um die Problembewältigung geht. Und ihr? Ihr fallt alle drauf rein.